Freunde, es ist Sonntag, es ist dementsprechend Vlog-Zeit und ich bin gerade ein wenig irritiert, weil plötzlich mein Download so langsam wird. Ich lade nämlich etwas herunter. Und zwar Wildstar. Heute wird Wildstar gespielt auf twitch.tv. Da kriegst du ab Nachmittags und ab Abend werden wir dann gemeinsam abstimmen, was ich denn abends noch weiterspiele. Es wird ein sehr langer Livestream, könnte so an die 8 bis 9 Stunden lang werden. Insofern, das ist heute mein Event sozusagen. Deswegen wird auch dieser Vlog wieder einmal gar nicht so lang, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid. Die letzten 3 bzw. die letzten 2 waren ja schon nicht lang. Heute der wird auch nicht lang. Vielleicht wird es ja eine Tradition, dass ich mich mal ein bisschen kürzer halte, dass mal ein bisschen Informationen rauskommen und nicht so viel gelabert wird. Ich weiß ja nicht, was euch da besser gefällt. Ich mag es eigentlich auch ganz gern zu reden, aber in letzter Zeit, wie gesagt, entweder es ist draußen kalt oder ich habe keine Zeit. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, die letzte Woche. Meine Woche war gut, denn ich war ja ein paar Tage bei mir und wir haben eben Little Big Planet aufgenommen und haben eben auch noch alle möglichen anderen Dinge außerhalb von YouTube gemacht. Denn wir verstehen uns einfach richtig gut und haben eine gute Zeit miteinander. Macht wirklich viel, 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 viel Spaß. Und ja, deswegen war definitiv meine Woche gut. Und als ich dann wieder hier zurück war, hier in Hamburg, habe ich natürlich direkt wieder ordentlich aufgenommen. Zusammen mit Rami, Franz und Fred zusammen haben wir die letzten 2 Folgen Tiny Brains aufgenommen. Denn wir bekommen einfach nicht genug Sterne freigeschaltet. Das System funktioniert so, man muss eine bestimmte Anzahl von Sternen freischalten, um die nächsten Level spielen zu können. Und das Problem ist eben, wer das Let's Play verfolgt, der hat gesehen, wir kommen meistens, also wir sind erst alle, zusammen sind wir erst so 10 Sekunden nach Beginn der Runde, sind wir erst im Spiel. Dementsprechend ist das Matchmaking einfach scheiße. Und dementsprechend verlieren wir aber jedes Mal schon wieder 10 Sekunden und können eben gar nicht die Bestzeiten knacken. Außerdem haben wir Standbilder und den ganzen Rotz. Also das ist halt alles, das Spiel ist eigentlich richtig geil vom Konzept her, aber leider, leider, leider ist das Online-Game richtig kacke, muss man halt einfach so sagen. Deswegen kommende Woche die letzten 2 Folgen von Tiny Brains unbedingt nochmal vorbeischauen. Ich hatte ein paar glänzende Momente. Sensationell, der Ball war schon verloren und ich habe ihn dann noch gerettet. Das war teilweise schon ganz schön, aber jeder von uns hatte glänzende Momente. Außerdem habe ich weiter mit Fred und Franz Daisy aufgenommen. Und das war auch gut irgendwie. Also wir sind zwar wieder gestorben, aber es ist ein bisschen Action gewesen. Und ich habe jemanden getötet. Freunde, ich habe jemanden getötet. Total schön. Aber der eine oder andere wird es auf Twitter gelesen haben. Ich habe mal wieder ein bisschen geraget über Daisy, denn die Daisy-Community ist einfach die schlimmste, die ich jemals gesehen habe. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Was soll denn das? Dieses, ich sehe jemanden und schieße sofort. Ich schieße einfach sofort. Ist mir scheißegal, ob das ein netter Mensch ist, ob das ein Baby ist. Ist mir vollkommen latte. Ich ballere da einfach sofort drauf. Und wir hatten da auch noch eine andere Szene, die ist noch viel beschissener. Es ist, ich spoiler jetzt nicht so sehr, aber es ist einfach schlimm. Dass man echt nett mit Menschen umgeht. Dass man alles gechillt macht und dann fallen sie einem doch in Ruhe. Es ist wirklich, wirklich ätzend, was in dieser Community abgeht. Das war früher in den Mod-Zeiten, in den Anfangszeiten war das definitiv nicht so. Da hat man eben tatsächlich erstmal friendly gerufen und dann hat man gesagt, okay, ich bin nicht friendly oder ich bin friendly oder was auch immer. Aber das Problem ist eben, es gibt eben Assis, die haben gesagt, ja, ja, ich bin friendly, sind dann fünf bis zehn Minuten mit einem rumgelaufen und haben einen dann in den Rücken geschossen. Das ist eben das Problem an der ganzen Sache. Es gibt einfach zu viele Assis und dann werden alle misstrauisch und dann schießt plötzlich jeder auf jeden. Also es ist schon nachvollziehbar, weswegen die Community so ist, aber es macht einfach überhaupt keinen Spaß. Zumindest mir nicht. Also ich finde es nicht schön. Es sei denn, es macht wahrscheinlich dann wieder Spaß, wenn man genauso drauf ist. Und wir entwickeln langsam diese Einstellung, dass wir genauso drauf sind. Sprich, dass wir einfach wegballern, was uns im Weg steht. Beziehungsweise was uns über den Weg läuft. Was wir irgendwo in der Ferne sehen. Einfach voll drauf da. Naja, was soll's. Außerdem habe ich mit Franz zusammen Battlefield aufgenommen. Natürlich gibt es ja weiterhin mittwochs und samstags. Battlefield ansonsten ein wenig weniger von mir. Denn es ist ein bisschen, mir macht's weiterhin Spaß, aber die Luft ist halt einfach ein bisschen raus. Habe ich letztens auch schon mal gesagt. Außerdem gibt es einfach andere Projekte, denen ich mehr Zeit widmen möchte als Battlefield 4. Außerdem habe ich einige Entwickler angeschrieben, die ganz interessante Games entwickeln und eben da nachgefragt, wie es dann aussieht, ob ich dazu Videos machen darf und ob sie mir eventuell ein bisschen Informationsmaterial beziehungsweise irgendwelche Keys eventuell oder sowas zuschicken können. Franz, Fresh Franz macht das ja auch mit seinen Free Indies. Wobei, das heißt glaube ich jetzt anders mittlerweile, ne? Ich meine, das heißt irgendwie jetzt anders. Könnt ihr auf seinem Channel gucken. Er stellt ja sehr, sehr viele Indie Games vor. Ich werde das in dem großen Maße nicht machen. Ich werde mir nur ganz spezielle Spiele raussuchen, wo ich sage, oh, das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig geil. Und dann werde ich mich damit auch ein bisschen länger auseinandersetzen. Zumindest versuche ich das dann. Und ja, ich hoffe allerdings, dafür muss ich natürlich erstmal Antwort von den Entwicklern bekommen. Denn es sind oftmals eben Spiele, die auch sehr erfolgreich sind bei Kickstarter und da ist es natürlich dann ein bisschen schwerer, an irgendwelche Informationen zu kommen, beziehungsweise an eventuellen Freebies oder was auch immer zu kommen, eben an Keys oder sowas, weil die es eben nicht so sehr nötig haben, wie kleine Entwickler von kleinen Spielen, die halt überhaupt keine Publicity bekommen, die ich natürlich auch ganz gern unterstützen würde. Aber viele Spiele davon interessieren mich halt einfach nicht. Also ich bin schon sehr auf dem Laufenden. Ich gucke mich sehr viel um nach neuen Spielen, nach kleinen Spielen, nach großen Spielen, nach allen Genres. Aber ich möchte eben tatsächlich irgendwie auch nur da Zeit investieren, wo ich sage, ja, das könnte mir wirklich richtig Spaß machen. Und deswegen mal schauen. Mal schauen, was da kommt. Ich hoffe, es kommt einiges. Ich warte eben auf Antworten. Müssen wir mal sehen, was da so kommt. Vielleicht kommt auch nichts. Vielleicht finden die meinen Channel einfach alle Kacke und sagen, nee, nee, das ist nicht gut für unser Spiel, wenn der Mensch das vorstellt. Außerdem arbeite ich weiter an, ich nenne es einfach mal Projekt B. Ihr habt es ja schon mal ein paar Mal angedeutet. Ich habe wieder ein aufwendigeres Projekt in Planung, beziehungsweise arbeite eben mittlerweile auch konkret daran. Sprich, ich konzeptioniere ein wenig und denke darüber nach, wie ich am besten das Ganze aufbaue, mache mir ein paar Notizen. Dazu muss auch eine Geschichte grob geschrieben werden und solche Dinge. Und ich muss mich eben auch ein bisschen belesen, was in Richtung Cinematics und so jetzt nicht zu viel erwarten. Aber ich brauche eben ein paar Zwischensequenzen und so weiter und so fort. Und das kostet eben eine ganze Menge Zeit. Aber ich möchte euch einfach schon mal ein bisschen heiß machen, weil das wird definitiv kommen. Und es kann allerdings noch eine ganze Weile dauern. Denn das ist wie gesagt, ich hatte ja früher, hatte ich öfters mal so Videos, die wirklich aufwendig waren, wo wirklich viel Zeit drin steckte und ich versuche, diese Videos eben wieder auf meinem Channel zu etablieren. Allerdings, wie gesagt, es dauert wirklich, wirklich lang. Ich habe eben mittlerweile viel Assassin's Creed aufgenommen, gestern wieder 15 Folgen. Und dementsprechend habe ich eben, kann ich mir so, indem ich viel im Voraus aufnehme von den klassischen Let's Plays, sage ich mal, genauso mache ich es auch mit Portal. Beispiel, dann kann ich eben mich wieder ein wenig auf aufwendige Projekte konzentrieren, die dann hoffentlich auch gut ankommen. Ich hoffe es zumindest. Mal schauen, mal schauen. Und im Zuge dieses Projektes, Project B, habe ich auch auf Soundcloud und YouTube einige Musikern geschrieben, also Komponisten oder Sänger oder was auch immer. Denn ich brauche viel Musik. Ich brauche sehr viel Musik, die eben entsprechend zum Spiel passt, zur Stimmung. Und da habe ich auch schon einige Antworten bekommen, einige positive Antworten, dass ich eben Musik von ihnen nutzen darf. Auch einige negative Antworten, ist ja klar. Und da sind einige sehr gute Musiker dabei, muss ich einfach sagen. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade eben erst wieder eine Mail bekommen von Japanese Wallpaper. Zwei Worte, also japanische Tapete sozusagen. Wallpaper ist ja, ich glaube, Japanese Wallpaper sind diese Raumtrenner, sage ich jetzt einfach mal. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Insofern berichtigt mich gern. Und dieser Mensch ist 17 Jahre alt, kommt aus Melbourne und hat ein, zwei, drei Remixes gemacht, hat jetzt aber auch schon zwei Lieder rausgebracht, die ich sehr, sehr gut finde. Das sind wirklich sehr gute Lieder, meiner Meinung nach. Sind halt so softe, verträumte Lieder. Es geht in Richtung Chillstep mit Vocals und finde ich wirklich gut. Also der eine oder andere wird wahrscheinlich das Genre einfach nicht mögen oder dem ist es zu ruhig oder was weiß ich was. Aber ich finde den wirklich gut. Und von ihm darf ich eben auch die Musik nutzen. Insofern mal schauen, ob ich die eventuell einbauen kann. Mit Vocals ist das natürlich immer ein bisschen schwierig in einem Game, weil wenn die Vocals nicht zur aktuellen Szene passen, dann kann die Stimmung der Musik zwar passen, aber wenn die Vocals halt von Ayo, I fuck you bitch oder sowas handeln, dann ist das eventuell ein wenig unpassend. Naja. Wie auch immer. Wird auf jeden Fall ganz cool. Ich habe noch immer nicht alles fertig konzeptionell, aber ich freue mich sehr darauf. Und es macht auch wieder sehr, sehr viel Spaß, da Stunden zu investieren. Und ich muss mal sehen, wie ich das wirklich alles unter einen Hut bekomme. Weswegen ich auch Assassin's Creed 4 durchziehe momentan. Ich versuche es bis Mitte der Woche komplett durchgespielt zu haben. Wahrscheinlich habe ich dann bis Mitte nächsten Monats noch Folgen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ende des Monats am 27. Mai kommt Watch Dogs heraus und das werde ich natürlich dann auch spielen auf diesem Channel. Und ich möchte nicht, dass Assassin's Creed und Watch Dogs sich zu lange überlagert, weil ich eigentlich immer nur ein Open-World-Spiel zur gleichen Zeit auf meinem Channel haben möchte. Und dementsprechend muss ich eben mal sehen, dass ich mit Assassin's Creed jetzt durchkomme. Zumindest was die Aufnahme angeht. Denn zwei Open-World-Spiele gleichzeitig aufnehmen ist ein bisschen schwierig. Deswegen ziehe ich jetzt Assassin's Creed durch und spiele halt viel. Das heißt aber nicht, dass ich durchhetze. Ich nehme natürlich weiterhin viel mit. Kisten und so weiter mache ich außerhalb, habe ich auch schon tausendmal gesagt. Und wir befinden uns jetzt hauptsächlich dann auf der Hauptquest, weil alles andere ist halt letztendlich immer das Gleiche in dem Spiel. Man rennt immer wieder zu irgendwelchen Leuten und muss sie töten. Man muss immer wieder irgendwelche Schiffe versenken. Man muss immer wieder Kisten sammeln, immer wieder Animus-Fragmente. Und das, gut, das hat man schon tausendmal gesehen. Dementsprechend muss man es nicht immer und immer, 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 immer. Und wieder machen. Was ist für die kommende Woche geplant? Wie gesagt, Assassin's Creed nehme ich auf. Ich werde auch so ein bisschen Battlefield aufnehmen, so für zwei, dreimal pro Woche. Der Weg eines Noobs. Aber höchstwahrscheinlich ganz, ganz selten noch mit der Community, weil die letzte Runde war einfach kacke. Die letzten Runden waren einfach scheiße. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Wie ich auch in den Videos gesagt habe, es liegt bestimmt nicht an euch, an den Menschen, die da mitspielen. Aber mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Und deswegen sehe ich davon ab. Außerdem entstehen Diskussionen unter den Videos über andere Spieler oder über das, was, keine Ahnung. Der eine ist auf meiner Seite sozusagen und sagt, Ja, ihr geht ja absichtlich ins gegnerische Team und haut ihn immer wieder weg. Dann schimpfen die anderen zurück. Ja, ihr verteidigt Basti die ganze Zeit nur oder rennt ihm bescheuert hinterher. Und dann wird sich noch darüber aufgeregt, was ich in den Videos sage, weil jeder von euch sich hundertprozentig in Shootern aufregt. Nur es hört eben niemand. Und die beschimpft garantiert auch die anderen Spieler und was weiß ich was. Und ich behaupte einfach mal, bei jedem Shooter-Spieler sehen die Ausdrücke und beziehungsweise Ausdrücke nutze ich ja relativ selten, sehen die Beschimpfungen noch viel, viel schlimmer aus. Und ich habe einfach keine Lust, mir dann da anhören zu müssen, dass ich irgendwie falsch reagiere oder dass ich selbst schuld bin, wenn ich eben ein Multiplayer-Spiel alleine spiele und all diese ganzen Sachen. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Es war schön, ab und zu mal so mit der Community zu spielen, aber dadurch, dass eben unterm Strich, unterm Strich ist es fast jedes Mal so, dass irgendwas Negatives dabei herauskommt. Dass negative Kommentare unter Videos stehen, dass da sich zwei, drei Leute, dass Diskussionen entstehen, dass die pissig aufeinander sind. Und darauf habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust darauf, mir die Sachen durchzulesen. Ich muss sie mir durchlesen, weil es nur mein Channel ist und ich möchte dafür sorgen, dass ich dann halt nicht wirklich root beschimpft wird. Und ich habe einfach keine Lust darauf, auf negative Stimmung unter den Videos. Und das ist eben meistens passiert in den Runden, unter den Videos, bei denen ich mit der Community gespielt habe. Insofern, wie gesagt, ist nichts persönlich gegen euch, aber ich habe einfach keine Lust auf diese negative Stimmung. So, das dazu. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann nochmal Bock habe auf eine Community-Runde und dann mache ich das eben, aber es wird sehr spontan sein und nur sehr, sehr, sehr spärlich. Außerdem, nächste Woche bin ich höchstwahrscheinlich bei Rami im Minecraft Let's Play zu Gast. Höchstwahrscheinlich. Geplant ist morgen die Aufnahme. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das ist ja immer so eine Sache. Ich habe es mir eingetragen in meinem Kalender. Dürfte eigentlich nichts dazwischen kommen. Sprich, ab Dienstag höchstwahrscheinlich bin ich dann bei Rami im Let's Play. Ich spoiler da jetzt einfach mal ein bisschen im Minecraft Let's Play. Denn ich denke, das sind jetzt nicht so viele Leute, die davon mitbekommen. Und mal gucken. Wird bestimmt ganz witzig. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus in seiner Welt. Ich verfolge ja recht selten die Let's Plays von anderen Let's Playern, weil ich einfach keine Zeit dazu habe. Beziehungsweise, weil ich meistens die Zeit, die ich dafür nutzen könnte, nutze ich meistens für Videos aus amerikanischen Gefilden, weil die meiner Meinung nach informativer beziehungsweise teilweise einfach besser aufwendiger aufgezogen sind und ich mir eher davon was abgucken möchte, abgucken, in Anführungszeichen, beziehungsweise mich inspirieren lassen möchte, als von deutschen Let's Playern, die ja letztendlich, so wie ich eben auch teilweise, einfach nur ein Spiel durchspielen. Was auch vollkommen okay ist. Manche machen das sehr gut. Aber bei mir hat halt meistens den Hintergrund, dass ich Videos schaue, dass ich etwas lernen möchte in irgendeiner Art und Weise, damit es dann eben im Umkehrschluss wieder in meinen Channel quasi einfließen kann. Hoppala. Da kam ein Frühstücksbäuerchen. Montags kommt ja immer die Top 5. Die ist ja auch recht beliebt bei euch. Ihr guckt die ganz gerne. Ist ja auch recht lustig. Es ist allerdings recht aufwendig, diese Top 5 zusammenzustellen. Und deswegen habe ich eben von Anfang an darum gebeten, dass die Leute, die Videos schauen, sprich ihr, dass ihr, wenn ihr eine lustige Szene seht, sofort die Zeit aufschreiben. Ihr müsst letztendlich nur die Zeit aufschreiben. Hier, keine Ahnung. 5 Minute 5,58. Lustige Szene. So, ne? Zack, in die Kommentare. Dann weiß ich sofort Bescheid. Alles klar, kann ich in die Top 5 nehmen. Beziehungsweise kann ich mir angucken und dann selbst entscheiden, ob ich es in die Top 5 nehme. Denn das Problem ist, bei den ganzen Videos, die ich so hochlade, kann ich mir natürlich nicht mehr alles merken. Ich weiß nicht mehr, wann was passiert ist. Und wenn jemand unter das Video schreibt, ha, 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 die Szene war lustig, in der du das und das gemacht hast, dann müsste ich mir theoretisch, weil ich ja nicht mehr weiß, meistens sind die Aufnahmen auch zwei, drei Wochen her. Oder oftmals. Und dann müsste ich mir eben diese 15 Minuten wieder angucken. und dann erkenne ich, okay, die Szene fand ich jetzt gar nicht so lustig, ist irgendwie für die Top 5 gar nicht so toll. Und dann muss ich das nächste Video durchgucken. Und dadurch kann es teilweise, ich habe meistens so drei, vier Szenen oder sowas, habe ich auch so im Kopf. Und, aber für die letzten ein, zwei Szenen für die Top 5 brauche ich teilweise eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, um die zu finden. Insofern, wenn ihr irgendwas Lustiges findet und ihr Bock darauf habt, ich möchte euch natürlich nicht dazu nötigen, ist ja klar, ich bitte euch darum. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das machen würdet. Schreibt einfach sofort in die Kommentare. Es ist ja kurz minimieren, das Fenster, dann Minute, lustige Szene. Ihr müsst auch, theoretisch könnt ihr auch einfach nur eine Minute hinschreiben. Wir müssen nicht mal was da, nicht ordentlich dazu, zu was schreiben oder die Minute und einen lachenden Smiley oder irgendwas, einfach damit ich dann einfach ganz schnell diese Szenen finde. Denn es wird ansonsten, wird es teilweise sehr, 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 sehr aufwendig. Also, wie gesagt, weil dann muss ich mir eben Videos über Videos über Videos anschauen und die Zeit könnte ich eben auch in schönere Dinge investieren, die dann auch euch wieder zugute kommen sozusagen. Also, falls ihr irgendwie eine lustige Szene habt und Bock habt, schreibt sie einfach mit Minute und das Video. Da würde ich mich sehr darüber freuen und wäre sehr dankbar. Ask.fm slash der Kiekste sagt dem einen oder anderen ja auch was. Ich wollte ja, beziehungsweise will noch immer, ein Video ab und zu machen, in dem ich dann die besten, lustigsten, interessantesten Fragen beantworte. So, wie wir es jetzt quasi hier machen. Nur ein bisschen anders aufgemacht. Ist ein bisschen aufwendiger, ist alles ein bisschen aufwendiger. Deswegen dauern diese Dinge eben auch ein bisschen länger. Ich möchte mir auch bei so einen Sachen einfach Zeit lassen. Ich möchte nicht unter Termindruck sein. Diese Dinge, wie zum Beispiel Project B und die Beantwortung der Fragen und so kommen unregelmäßig, kommen komplett unregelmäßig. Ich habe zwar für mich selbst so einen groben Plan, wie oft ich das gerne machen würde. Wenn ich es aber nicht schaffe, dann schaffe ich es einfach nicht. Denn ich möchte einfach, dass mal wieder ein paar Videos dabei sind, die richtig, wo richtig viel investiert wurde, wo ich richtig viel Zeit investiert habe, richtig viel Herzblut und dementsprechend die Videos eben qualitativ auch ein bisschen hochwertiger sind und nicht ein 0815 Let's Play, 0815 im Sinne von ich spiele es einfach durch, was ja nicht schlecht sein muss, wie gesagt. Auf jeden Fall Ask.fm, hoppala, da sind meine Bildschirme ausgegangen. Heißt, wir reden eigentlich schon wieder lang genug. Wie lange sind wir denn jetzt hier gerade? Oh, 20 Minuten, das ist schon wieder recht lang. Ask.fm beantworte ich seit letztem Wochenende auch teilweise die Fragen direkt auf Ask.fm beziehungsweise relativ viele. Immer mal, wenn ich irgendwie Zeit habe, keine Ahnung, wenn ich abends noch mal kurz auf mein Handy gucke oder sowas, dann gucke ich mir eben ein paar Fragen an und beantworte eben die ein oder andere. Oder wenn ich im Bus sitze, in der U-Bahn, sonst was. Das ist eben schön was, was man mal zwischendurch so machen kann. Insofern könnt ihr mir gerne auf ask.fm slash da kiekste weiterhin Fragen stellen. Da werden jetzt öfters auch direkt Antworten kommen und ihr könnt da ab und zu natürlich auch einfach mal so vorbeischauen, um einfach mal durch ein paar Fragen zu schmökern. Ich glaube, das war es dann jetzt. Jetzt ist es nämlich schon wieder viel zu spät eigentlich. Ich muss ja noch den Livestream vorbereiten. Ich würde mich freuen, wenn ihr heute mit dabei seid im Livestream. Das wäre schön. Wie gesagt, heute Nachmittag gibt es erstmal Wildstar. Wem ihr das nicht sagt, das ist ein MMORP. wie in Richtung World of Warcraft, sage ich mal, da ich früher ein sehr ambitionierter World of Warcraft-Spieler war. Es sind halt solche MMORPGs immer recht interessant für mich, wobei sie alle eigentlich bisher mich nicht mehr wirklich angefixt haben. Aber ich möchte einfach in jedes Mal reingucken und jetzt momentan ist die offene Beta bis zum 18.5. noch und das möchte ich einfach nutzen. Ich möchte einfach mal reinschauen, einfach mal schauen, was da eventuell, was es da wieder Neues gibt. Das wird mich nicht überzeugen, bin ich überzeugt von. Aber ich denke, für ein paar Stunden gemeinsamen Spaß und gemeinsames Hereinschnuppern könnte das schon mal ganz interessant werden. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Ich wünsche euch eine gute Woche. Kommt gut rein. Morgen in den Montag. Habt natürlich noch einen restlichen schönen Sonntag. Und wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Dann werde ich auch mal wieder sehen, dass ich mich wieder mal nach draußen traue. Vielleicht den Vlog auch am Freitag oder Samstag dann schon aufnehme, weil ich dann am Sonntag einfach nicht so viel Stress habe. Sonntags ist ja Vlog-Zeit, Vlog, nicht Vlog, auch Vlog-Zeit, aber eben Livestream-Zeit und dementsprechend muss ich mal sehen, dass ich die Sachen, die ich draußen aufnehme, einfach ein bisschen früher aufnehme. Kennt ihr aber auch schon. Was ihr eigentlich auch schon wisst, Mittwochs und Sonntags sind immer meine Livestream-Tage. Ich sage es jetzt einfach nochmal, damit es auch wirklich jeder mitbekommt. Ich werde es auch immer mal wieder einstreuen. Mittwochs und Sonntags gibt es gegen Abend Livestreams. Heute, wie gesagt, auch ein bisschen früher und das gilt allerdings nur, wenn ich zu Hause bin und wenn ich Bock drauf habe. Sprich, es kann auch mal sein, dass anderthalb Wochen kein Livestream kommt, dafür dann aber wieder zwei Wochen hintereinander. Immer Mittwochs und Sonntags ein Livestream. Und also es ist recht unregelmäßig, aber eigentlich, man kann grundsätzlich sagen, wenn ich zu Hause bin, gibt es mittwochs und sonntags ein Livestream von mehreren Stunden mit unterschiedlichsten Spielen. Also, ich bin raus, ich wünsche euch was, habt eine gute Woche, bis dann und tschüss. Bis zum nächsten Mal.